Die CQ von Glacitor Original erhebt Anspruch, die edelste und luxuriöseste Taucheruhr aus Deutschland zu sein, spielt aber auch im internationalen Vergleich ganz oben mit. Doch was macht sie aus? Dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Wie so oft in der Uhrenbranche und bei traditionsbewussten Marken, basiert auch die CQ auf einem Modell aus der Vergangenheit. Das Uhrmodell der CQ, die Spezimatik Typ RPTS 200, gefertigt vom DDR-Unternehmen VEB, Glashütter Uhrenbetriebe, kurz GUB, wurde damals vor allem für den Export, auch in die BRD hergestellt. Unsere beiden modernen Versionen, die CQ mit Panoramadatum in schwarz und die Variante mit normalem Kleindatum in grün, kommen dem Vorbild aus den 1960er Jahren äußerlich sehr nah. Das grüne Modell in der Standardgröße von 39,5 mm ist trotzdem stark, hochgewölbten Saphir-Boxglas nur knapp über 12 mm hoch. Das gebürstete Edelstahlgehäuse mit polierten Phasen ist bis zu einem Druck von 20 bar wasserdicht und mit einer einseitig drehbaren Lünette mit Keramikeinlage ausgestattet. Wie das Zifferblatt ist diese bei unserer Variante in einem dunklen Grünton ausgeführt, welches im Kunstlicht und vor der Kamera gar nicht so einfach abzubilden war. Die aufgesetzten arabischen Ziffern werden durch Stundenmarker und eine umlaufende Minuterie ergänzt. Für beste Ablesbarkeit sorgen die Zeiger für Stunde und Minute, die großflüchtig mit Leuchtmittel ausgelegt sind. Der für eine Taucheruhr so wichtige Minutenzeiger schließt dabei besonders auffällig mit einer Pfeilspitze ab. Angetrieben wird die Uhr mit Datumsanzeige auf der 3 vom automatischen Manufakturkaliber 3911 mit 40 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Besonderheiten wie die Schwanenhalsfeinregulierung, die feine Finissage auf den Werkspartien und auf dem Rotor verstecken sich beim kleinen Modell jedoch unter einem massiven Gehäusebohr. Bei der zweiten Variante später im Video werdet ihr aber sehen, was ihr euch ungefähr darunter vorstellen könnt. Die hat nämlich einen Sichtboden. Die Glashütte Original zählt wohl zu den teureren Marken, die das kleine Uhrenstädtchen Glashütte zu bieten hat. Dementsprechend ist auch die Qualität von besonderer Güte. Auch die Tests, die eine CQ vor der Auslieferung durchlaufen muss, sind deswegen besonders streng. So wird das Werk in sechs Lagen reguliert und muss erst wochenlange Gangprüfungen über sich ergehen lassen. Auch das Gehäuse wird strenger getestet als üblich und muss daher im Labor einem Druck von 125% der angegebenen Wasserdichtheit standhalten. Bei der kleinen Variante also 25 Bar und bei der größeren Variante 37,5 Bar. Ein roter Ring mahnt bei der kleinen CQ bei gezogener Krone zur Vorsicht, dass diese vor Gebrauch erst wieder verschraubt werden muss. Die grüne Variante am Kautschukband, also so wie sie hier liegt mit Dornschließe, kostet 10.200 Euro. Kommen wir zum großen Modell im klassischen Schwarz. Nicht nur der Gehäusedurchmesser der CQ Panoramadatum ist mit 44,2 mm deutlich größer als bei der zuvor gezeigten Variante. Auch die Höhe fällt mit 15,65 mm etwas höher aus. Geschuldet ist das auch dem anderen Uhrwerk, dem Manufakturkaliber 36-13, welches schon von sich aus größer als das 39-11 ist. Außerdem befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses statt einem Massivboden ein wie das Deckglas über dem Zifferblatt gewölbtes Saphir-Boxglas. Im direkten Vergleich zwischen den beiden Varianten sieht man den Höhenunterschied aber am allerbesten. Das Modell bietet dafür aber auch eine technische Besonderheit, nämlich das Panoramadatum von Glashütte Original. Anders als bei einem normalen Datum sorgt dabei nicht nur ein umlaufender Datumsring unter dem Sichtfenster im Zifferblatt für die Anzeige des Datums, sondern zwei getrennte Scheiben, die jeweils eine Zahl des zweistelligen Datums von 0,1 bis 31 anzeigen. Damit kann das Datum ganz ohne eingeschliffene Lupe im Glas deutlich größer dargestellt werden. Neben der Datumsanzeige bietet das Kaliber 36-13 aber auch eine höhere Gangreserve von ganzen 100 Stunden. Das wunderschöne Uhrwerk mit Rotorgewicht aus 21 Karat Gold und einer traditionellen Dreiviertel Platine ist wirklich ein Augenschmaus für Freunde der Uhrmacherischen Handwerkskunst. Streifenschliffe auf Platinen, Sonnenschliffe auf den Rädern, die Schwanhalsfeinregulierung und Unruh mit vier Reguliergewichten sind kaum zu vergleichen mit anderen Taucheru-U. Und das gilt insbesondere für diesen Preisbereich. Die größere CQ kommt übrigens auf eine UVP von 12.700 Euro am gezeigten Kautschukband, das hier allerdings mit einer Fallschließe ausgestattet ist. Die Taucher- oder Sportuhr hat sich in den letzten Jahren vom reinen Werkzeug zur luxuriösen Uhr für alle Fälle verwandelt. Bei fünfstelligen Preisen für drei Zeigeruhren im Edelstahlgehäuse muss so mancher Uhrenfreund wohl schlucken. Die Material- und Verarbeitungsqualität kann aber einen Teil dieser Bedenken aus dem Weg schaffen. Was meint ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung doch gerne in die Kommentare. Falls euch aufgefallen ist, dass ich mich ein wenig anders anhöre, dann liegt das wohl an meiner kürzlich durchgemachten Erkältung, die auch meine Stimme etwas in Mitleidenschaft gezogen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.